hallo und herzlich willkommen zurück bei monster hunter story heute geht es natürlich weiter heute schauen wir mal wie die story weitergeht und was noch alles auf uns zukommt aber bevor mit ihm reden erst mal kurz hier an eierkarton ei aus wollten wir haben zwei neue eier den auf jeden fall young kutku plus zwei angreifte plus vier verteidigung so ist das hier nachwärts wird der schon nein 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 lass mich in ruhe lass das nein habe ich gesagt hier da dein mund die nennen ach so ja lass eifragmente haben wir auch welche wir haben keine freie haben wir haben keine fragmente ok wieso hat der mehr leben als der aktuelle ich kann nicht mal rausgehen hier danke ich brauche nur jeweils einmal so das schon viel besser aus so haben wir getan haben wir gemacht sehr schön so hey du bist zurück wie ist es gelaufen kind ich verstehe klingt als ob der katzer waren fahrer eine raue zeit durchgemacht hat nun es klingt als ob du gute arbeit geleistet geleistet hast und du hast den kratzer waren kennengelernt super nun ziel los und berichte dem ältesten geh schon husch bisschen für den arsch geh schon husch ich gehe auch gleich huschen 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 können wir irgendwas verbessern nö wir haben nicht genug geld toll wir können gar nichts verbessern nichts nientja null überhaupt nichts wozu sind wir überhaupt hier naja egal weiter geht's zum ältesten mit seiner reime oh gott oh gott ho 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 willkommen child long time no see i hear dan has taught you a trick or three ah how the seasons have flown past you've become a rider so very fast now young one let me your ear black mists been seen close to here and thus we would like to know is this the so-called black blight or no from this evil nothing is spared for every eventuality be prepared changes in nature may start small but slowly grow to encompass all with a plant or stone keep an eye out where the blight has raised its snout so habt ihr das verstanden ich nicht ah dem bob hier ok also ich in dem pander hier pilze gesammelt habe sah ich schwarze wolken über dem säuselwald die sahen genauso aus wie das zeug von damals ich hoffe wirklich dass es was anderes war ich bin so schnell ich konnte eher zurückgerannt ich habe sogar meine pilze dort vergessen ich hoffe wirklich dass das nicht heißt dass jetzt etwas schlimmes passiert ähm ok everybody seems worried shouldn't we try and do something to help and just what are you two up to you may go into the forest but you are not to enter the forbidden land mhm if this so-called black mist is actually the black blight then there will most likely be a blighted monster nearby too if we're unable to chase it away disaster may once again fall upon the village i shall be the one to go and investigate you and sir fluffykins just wait here got it got it hmm 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 sir fluffy well what should we do buddy just wait for dan to come back no 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 none another horribly fur-raising monster may appear again mhm huh ha 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 that's my buddy i knew you'd come around if we prove ourselves as writers maybe we'll be able to see the outside world this is our chance it's a deal well i was just thinking about leaving for my next adventure too all right let's shake a paw get there before dan and do our writer stuff right okay preparations you get the equipment and uh go get the donuts mhm all right i've got my donuts let's roll yeah wow hmm der schwarze Pestauch schreitet unabbildlich voran es ist Zeit zu handeln wenn du dich vom ältesten Amnaf fortschleichst und vor dan zum heiligtum gelangst wirst du das Problem lösen können und zeigen dass du ein wahrer writer bist das neue Quest wurde aktualisiert wenn das mal nicht in die Hose geht hahaha wenn das mal nicht in die Hose geht aber ein bisschen Kräuter können wir ja kaufen ähm ich glaub da sparen wir uns oder ja komm da sparen wir uns mal gucken ob ich irgendwas kombinieren kann viermal ja komm let's go sehr schön äh haben wir irgendeine Quest schon fertig ich will malen mhm 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 und ich will Geld warte mal 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 Geld wir kriegen immer zwei Kräuter wenn wir drei Farbbeeren abgeben nein nein nicht abbrechen ah okay ich verstehe ja wir sammeln zu wenig oh hier ist eine neue Quest Tatzenpass Pondri Hügel Güter aha ne nimm mich mal an man weiß ja nie also Farbbeeren er lege fünf Hamitaor oh wie sollten wir wirklich die Quest machen ne dann kriegen wir auch Geld er lege sieben Velo Cipri ich will mal Rauchbombe 5 Conchu gelb Velo Dreamer Schalba oh ok Hamitaor er sind die komischen Krabben dann kriegen wir richtig ordentlich knete dann machen wir mal ein bisschen Nebenquest, wa ne einfach so weil wir es können wir haben 550 das reicht hinten an vorne nicht Velo Dreamer Dreime Drame äh müssen wir mal machen und die komischen Krabben Dinger sehr schön und Farbbeeren bevor wir die Hauptquest fortsetzen werden wir erstmal ein bisschen äh Nebenquest machen ne hier noch ein bisschen Handelsacken Omi Weizen mhm ja die Quest ist da hinten hier sind die äh Dings bumm genau und davon soll ich sieben Stück zerlegen alles klar alles klar ähm Geschwindigkeit da kann man nur mit einem Monzi klar warte mal Monzi tauschen Monster genau ja dann können wir ruhig mal ein bisschen leveln sehr schön ähm wieso Kraft kann man da was machen kann man da was machen kann man da was machen nö war ja klar so so quatsch und weg ist er ja eins von sieben sag ich mal einfach wir sollten vielleicht mal genau wir sollten vielleicht mal so also Monster äh ja mhm schade dass man den nicht befehligen kann richtig anzugreifen aber was solls ist ja nicht meine schuld so so noch fünfe von denen ne sehr schön verblend fünf genau Unkraut mitnehmen das ist wie ein goldener Bau ne darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust auf ganz ehrlich nö ach hier Farbbeere oder ne Diamant Samen Diamant Samen sooo dann wollen wir die Valodrine mal Valodrine äh ja mal machen ja wuhuu sehr schön ach jetzt habe ich jetzt zwei am Start sehr schön noch besser für ihn so auf jeden Fall wieso kann ich dir nicht befehlen eine andere Attacke zu nehmen ja genau ouch so 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 neue neue Rider Kartentitel erhalten müssen wir noch welche oder guck mal kurz mhm 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 200 mhm Heather hat vor les verdad Wieso schon mehr Geschwindigkeit, wozu habe ich den überhaupt? Ich bin aber auch nicht. Ich bin aber auch nicht. Oh, ich bin so. Ja. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. schön sie erreicht sehr schön alle baller drehen links bums noch nicht also diese hier habe ich auch noch genug leben ja passt so 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 jo sehr schön sie erreicht glaube drogen sehr schön ein meter uhr abwehr sind sie am wasser oder ja habe ich ja habe ich sehr schön hier noch so und jetzt sehen hier den haben aber eigentlich noch nicht nur ich frage mich was ich hierfür einsetzen muss klar dass man nicht erkennt na also anscheinend brauchen wir hier kraft der benutzt technik wo ist jetzt weiterhin sie ja 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 zeitiger schlaf gelernt bonus bonus überall stand bonus und noch mehr von denen ja genau von dem woanders anscheinend kraft einfach rein ja heute bloß erstmal quest die machen was wir endlich mal unsere rüstung verbessern können tauschen kann ich nicht auf dem falschen egal ich hab den falschen gewechselt so kraft und besiegt sehr schön panzer jede menge panzer kriegen wir auch sehr gut neben questen ja okay das steht nicht wie viel man braucht jetzt gott 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 ach den grünen brauchen wir auch noch so direkt 2 ja so direkt kraft sehr schön super läuft munze kann ich nicht befehlen komisch so 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 okay er greift an ich nehme mal kurz kraut unkraut greift er mich schon wieder an er hat es aber auch mit mir ne na endlich so angriff sehr schön monster zerlegt yes jede menge panzer ziel erreicht sehr schön was können wir noch machen grundschuh gelb das nochmal blauer liebesfeind erlege ein wolle zieht drome ein dann machen wir das nochmal hier ist er direkt ist nice to want to go komm her oh das ist ein großer oh da ist ein großer bei upsie äh was hilft da nochmal zelle ich mich zelle ich mich fixiert und nicht der große oh der ist schon mal weg der große ist noch übrig gut auf andere kracht auf die scheiße ups hmmm nein so heilung limps puder haben wir leider nicht muss ja auch immer die besorgen der lebenspuder ob sie weg wieso kann ich den nicht befinden Ok wir müssen auf den großen gehen und das mit den kleinen wegräumen bringt nichts. So jetzt können wir auf den kleinen gehen. Erstmal kurz Heilung. Da haut er einfach ab. So haben wir die Quest auch erreicht sehr schön. Eigentlich rechte er schon. Er lege einen Azzurros. Ja der ist ja hier irgendwo ne. Ähm Azzurros. Haben wir da hier irgendwo dahinten. Ja komm äh hab ich äh ja Wolle Limpfunkte. Na komm. Dann wollen wir den mal machen. Das ist auch der letzte. Äh ich weiß seine Technik nicht. Verdammt. Ah ok. Kraft aus der Technik. Sehr schön. Oh jetzt kann ich ein Befehl ne. Das zu machen was ich will. Oh. 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 Oh Ja. Oh. 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 Ride on Sehr schön So Besiegt Sehr viel Panzer Sehr viel Fell Ziel erreicht Und wir reiten zurück zur Stadt Geben die Questen ab Hä? Das ist ja so ein Katzendingsschirm So Rutsch aktivieren, ne? Katzenschirm Ja, 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 ja Ach Ich brauch bloß hingehen Ja, wie geil Krass, was? Ach, der schläft da oben Wollt ihr mir so gut Der für die Geräuche Also Das ist wieder so eine Goldene Höhle Aber wenn ich jetzt da reingehe Dann dauert es wieder Bis ich viel lange Also Ab zur Stadt Geben die Questen ab Verbessern unsere Ausrüstung Boah, seid ruhig Dafür Für die Geräusche Warum schlafen die alle? Wird das abends? So, wie weit muss ich hier laufen? Ah, okay Let's go So Sehr schön Mal alle Questen abgeben Sehr schön Wir leveln da durch Sehr schön Beide Tut 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 Tuputu tut tu Tuptup tup tup! ach wir sollen selber anscheinend hier abgeben so sehr schön hallo ich muss mal knochen sammeln liefere bestimmte knochenmaterialien ab sehr schön das hat spaß gemacht so jetzt noch die ausrüstung verbessern können wir auch was schmieden lassen was neues können wir kaufen ich komme mal nach einer rüstung ist sowohl geblieben schade leder rüstung ist das maximale anscheinend aber null element abwehr schade wir bleiben bei der rüstung waffe kaufen jägermesser ich hätte gerne streitkollen als den blöden jägermesser okay dann verbessern wir mal die ausrüstung ich sehr schön stufe 2 schwert kann ich nicht nicht genug material schade was brauchen wir denn da steht da nicht nach erze niedriges grad ist okay schade sehr schade aber hauptsache die hauptrüstung ist schon mal sehr schön können wir noch irgendwas kombinieren nur zweimal schade kann man noch irgendwas einkaufen okay dann können wir endlich speichern wir haben nur vorbereitung gemacht nicht wundern wird jetzt nicht wieder lossturm zur hauptquest die machen wir morgen weiter auf jeden fall heute haben wir erstmal bloß nebenquests gemacht wir sind stufe sechs geworden durch die nebenquests sehr schön und falls du neu bist auf meinen kanal gerne abonnieren glocke nicht vergessen zu aktivieren und wir sehen uns am morgen wieder bei monster hunter stories auf fünf zu auf meinen kanal jeden tag schon mit auf jeden tag 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 auf